Was eine Hand kann, kann kein Roboter geben. Doch was Hydraulik kann, kann keine Muskelkraft heben. Was Augenkontakt gibt, kann keine Kamera schenken. Doch kein Hirn schafft es immer an alles zu denken. Was ein Wort ausdrückt, kann kein Bildschirm aussagen. Doch keine Hand kann so sicher Informationen übertragen. Technik soll uns nicht ersetzen. Sie soll uns unterstützen, soll uns beim Leben und beim Pflegen beschützen. Sie soll uns mobilisieren, miteinander verbinden, soll für schwierige Aufgaben Lösungen finden, wird mit Entdeckerlust erforscht und mit Bedacht eingesetzt. Denn die Zukunft der Pflege gestalten wir jetzt!